Hallo miteinander, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Commonwealth. Wir sind gerade hier dabei, Venedig zu vernichten. Genau, die Armee ist schon losgeschickt und auch mit einem Minus-3-Modifikator ist das hier natürlich kein Problem. Greta haben wir auch schon erobert. Da sind wir gerade dabei. Ragusa an sich gehört auch noch zu Venedig. Ach ja. Naja, es ist trotzdem keine Option gewesen, das zu nehmen. Ich hoffe, es wird auch so passen. Die Hauptstadt und so weiter haben wir ja schon. Die eine Fässerung sollte gleich fallen. Naja, wir werden mal sehen, was wir uns hier letzten Endes rausbrechen aus dem guten alten Venedig. Eigentlich wollte ich ja einfach nur die Küste haben, damit wir hier nach Moria laufen können. Das ist ja schon mal ganz passabel dann. Achso, hier. Da kommen wir jetzt natürlich auch nicht mehr hin. So wenig wie hier hin, nach Naxos. Ach ja, da habe ich natürlich jetzt... Naja, wir haben halt das Problem, dass wir hier oben noch mecklenburgische Truppen haben. Von der ich mir nicht sicher bin, ob wir die mit der Armee hier schlagen können. So, schon, wir sind ja unterwegs hier oben hin aus einem bestimmten Grund. Einerseits, ich glaube, Mecklenburg würde ich ja fast nehmen. Allein schon... Allein schon, um Brandenburg noch aufzuregen. Dann können wir hier oben unsere kleine Enklaven quasi schaffen. Es wäre ja eigentlich eine ganz coole Sache. Ach ja, guck mal, die sind uns aus dem Weg gegangen. So, kommt mal hier auf die Schiffe. Wir können in die erste Idee investieren. Ja, aber wir werden trotzdem... Wir werden ja gerade... Wir werden ja gleich noch ganz viel Zeug brauchen. Ganz viel Admin Points, um Kernbauten zu erstellen. So, jetzt kommen alle hier hin und... Hä? Wieso? Hä? Ach so, jetzt bist du in der Kontrollzone da gelandet. Das ist ja auch geil. Naja, komm, machen wir weiter. Vielleicht langt es ja auch so schon. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, dann geh du mal hier. Die werden aber bestimmt nach da fliehen. Und dann... Ja, Squishen wird schwierig werden, glaube ich. Aber so müssen wir mal bekämpfen und unsere Festungen zurückholen, bevor wir dann in die eigentlichen Verhandlungen treten. Wir sind schon durch die Mauer und durch. Das ist schon mal gut. Auch wenn natürlich minus 70 ziemlich viel ist. Ach ja, wir sollten natürlich nicht vergessen, dass die hier ja auch noch lebendig sind. Die Flotte kann jetzt wieder hier hin. Schippen wir ein paar Mal hier um das Ganze. Ja, darum ist ja auch nicht schlecht. Dann könnten wir uns hier nämlich noch die kleinen Provinzen holen. Wobei hier eigentlich... Zumindest dahin können wir gehen. So. Schön. Müssen wir mal gucken, ob wir die komischen Inseln hier auch nehmen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das hier fertig ist, warum? Ja, ist natürlich immer sehr verlockend hier mit den Dienstangeboten. Oh Gott, haben wir viel Geld. Tempel? Keine Tempel? Sieht nicht so aus, dass wir ein Tempel bauen. Nee. Werkstätten? 0,13. 0,8. 0,7. 0,27. Ne? Da darf man gar nicht drüber reden. Äh, ansonsten sieht es aber... Ja, 0,5. 0,06. 0,13. 0,07. 0,05. Von mir aus auch das. 0,15. 0,15. Ach, so schnell geht das. Okay. Tausendmal kurz ausgegeben. Kommt schon. Ihr seid doch schon durch die Mauern durch. Mal zur Belagnungsansicht gehen. Mal absuchen aus Werden. Ja, dann können wir das hier nämlich schon mal anfangen zu annektieren, dann, wenn dieser Krieg vorbei ist. Es müsste doch eigentlich jetzt echt schnell gehen, ne? Hast du hier irgendwelche... Ja, du hast Kernprovinzen, zumindest in Wismar. Hast du hier drüben... Ja, du hast hier drüben auch Kernprovinzen. Äh, die normalische Beleidigung kriegst du gegen Norwegen. Oder wir nehmen... Ach komm, wir nehmen mal hier die Beziehungsverbesserung mit allen. So, mach mal hier. So, ich hätte gerne... Also, dann müssen wir mit dir selbst verhandeln. Dann müssen wir noch warten. Gesehen davon, dass die ja die Provinz hier oben noch halten. Ich mach mal auf ganz, ganz schnell. Ähm... Und unsere Schiffe sind ja jetzt auch schon hier. Oh Gott, jetzt sind die... Jetzt haben die da echt noch Leute gebaut. Na ja. Äh... Geh mal auf die Schiffe. Ach ne, bleib stehen. Erst die Leute aufladen. Oh, was haben wir hier? Ein unterstützte Zeitung? Geht den kosten? Oh. Oh, jawohl, ja. Das lobe ich mir. Fahren mal kurz hier hin. Oh, ich schicke mal da hin. Ihr könnt... Den hier töten. Was denkt ihr das denn? Das Ende der Stagnation. Oh. Am 12. September 36 befeilte eine verwendete Armee unter Führung von König Jasoveski Wien vor den belangenen Ottomanen. In diesem Moment wurde der Name des Königs in ganz Europa gekannt. Gerade jetzt besaß Jasoveski solchen Status und persönliche Macht, dass sie die Stagnation Polens hätte beenden können oder es wenigstens hätte versuchen können. Aha. Lediglich das veränderte politische Klima während seiner Führung, während seiner frühen der Minusjahre ist ein Zeichen dafür, dass er ein sehr besonderer Monarch war. Niemals war er so eingeschränkt von Vetus oder Verträgen wie früher der Könige. Jedoch am Ende wählte er einen anderen Weg. Aha. Er entschied sich, die Feldzüge gegen Osmanen fortzusetzen. Eine Kampagne, die er nicht abschließend gewinnen konnte, während er zu gleicher Zeit mit dem wachsenden Unruhen der Magnaten kämpfen musste, die seiner Politik entgegenstand. Als er seine Feldzüge gewendete, litt er schwer unter Gallenstein und konnte niemals wirklich den Respekt der Magnaten zurückgewinnen. Müsste das wohl eher heißen. Er schaffte es niemals, seine Popularität für echte politische Veränderungen einzusetzen. Wer weiß, was geschehen würde, wenn er gleich nach der Befragung Wien zurückgekehrt hätte. Was haben wir denn hier? Es ist zufrieden, was zu ändern. Und das hier ist ja... Status von Nierschawa wird entfernt von Commonwealth. Was war denn das Statut von Nierschawa? Ähm... Hier. Ach ja. Die Kosten plus 5 Prozent. Verliert uns doch Stabilität ohne Ende. Aber das lässt sich schnell korrigieren. So. Schön. Dann haben wir das auch gemacht. Gut, ja. Wir machen alles anders, als es in der Wirklichkeit war. Sehr schön. Ähm... Ja, da brauchen wir definitiv einen. Eigentlich bräuchten wir vielleicht sogar einen Zweier. Denn Militär ist das Einzige, was unser Herrscher nicht kann. Aber da sind wir ja ganz gut voraus noch. Na. Das wird schwierig werden. Jetzt haben wir hier echt zu wenig Leute, um das zu belagern. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach Gott. Jetzt müssen wir die Plotte wieder da hochholen. Ich will nicht. Oder können wir da einfach hinlaufen? Ne, hat keinerlei... Durchmarschrechte. Aha. Haben wir jetzt wieder ein Darlehen? Ach so. Ja. Hätten wir das Leben mal zurückgezahlt mit dem ganzen Geld, was wir hatten? Wir verlieren Soldaten. Wir haben hier doch kein Prestige. Was ist denn los mit dir? Wie viele Leute sind in dieser Eulenfestung? 6.000. Jetzt reicht es auch. Das wird die nächste Tag hier. Ähm... Ne, das wird leider nicht passieren. Oh, da ist es. So. Kommt. Komm mal hier rüber. Gott. Gut, dass wir so viel Manpower haben, dass das alles gar kein Problem für uns ist. Ungarn für Westlichung. What? No shit. Die müssten ja echt hinterher gewesen sein. So, jetzt ist die Festung gefallen. Äh... Mit Österreich. Jawohl. So, erst mal Mecklenburg. Weißt du, was wir mit dir machen? Du wirst zu versahlen. Du löst quasi, Gott hast du viel Geld. Das ist sehr gut. Legion erzwingen. Na, das ist so wichtig. So. Schön. Den hier können wir ja dann gleich annektieren. Dann ist das hier quasi nur ein kurzfristiger Austausch. Ähm... Ja. Das kann weg. Das noch nicht. Das Darlehen können wir jetzt mal zurückzahlen. So. Äh... Ich gehe mal davon aus, dass wir von Venedig auch noch ein bisschen Geld erpressen können. Zedonien. Das hier, das hier, das hier. Das ist alles, worauf wir Ansprüche hatten. Also, was wir jetzt noch nehmen, wäre problematisch. Irgendwo. Irgendwo aber auch wieder nicht, ne? Das ist nur 50% Überdehnung. Äh... Die Ottomanen und Venedig, Brandenburg und Dänemark. Haben wir davor Angst? Eigentlich nicht. Jetzt, wir nehmen leider alles, ähm... Könnten... Könnten wir den, äh, was realisieren, wenn wir... Äh... Ich glaube, da reicht es, glaube ich, in dem Leben, oder? Gut, entfernen. Ja, äh... Wobei es ist gar nicht so... Gar nicht so weit weg. Griechenland. Ja, würde nur Sinn machen, wenn wir den auswählen, aber was realisieren. Ne, wir machen das anders. Und das hier so. So, so. Und ganz viel Geld. Oder auch nicht. Die Separation nehmen wir auch noch mit. Ähm... Ja, und sie werden es annehmen müssen, weil das Angebot ja besser ist, als das, was sie erhalten könnten. Äh... Ja, wir sind ja... Noch gar nicht überdehnt im Moment, deswegen passt das. Ja, Prestige, juhu, wir haben Stabilität erhalten. Ist das nicht schön? Die Mission haben wir jetzt auch schon seit 15.000 Jahren da drin gehabt. Aber... Okay, machen wir das am besten. Das reicht, glaube ich, für ziemlich viele, tatsächlich. Ja. Für alle. Ähm, ach so. Wir bräuchten vielleicht hier unten auf einmal eine kleine Transportflotte. Können wir uns auch leisten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn sollten reichen. Jetzt können wir eine neue Mission machen. Verringert die Ausbreitung. Ja... Mach ich gerne. Okay. Äh... Äh... Richtig, euch können wir jetzt drückschicken. Dich dahin, dich dahin. Das war's auch schon. Viel mehr hatten wir da unten nicht stationiert. Soll man natürlich ein paar geringfügige Leute hier stehen. Geht mal wieder nach, äh... Skandinavien. Mit unseren neuen Basalen. Besseren wir mal die Beziehungen. Äh... Bei dir machen wir auch mal die Annektierung. Auch wenn das dem, äh... Kaiser natürlich nicht gefallen dürfte. Aber, naja, der Kaiser juckt mich ja nicht wirklich. So. Prestige. Legitimität. Ne, komm. Ich will kontrollierter Kulier werden. Gib mir... Gib mir Gedöns. Und wieder einmal Irrglaube. Ja, lassen wir sie mal. Die Jungs da unten dürften ja zumindest mal... Äh... Katholisch seien alle. Oder... Gut, wir können da nicht mal schauen. Katholisch, katholisch. Ja, das da war der... Der Venezianer. Zumindest schon mal fleißig. Äh... Äh... Okay. Ich würde sagen, wir reduzieren mal ein bisschen die Unterstützung unserer Truppen. Wir können noch fünf... Neun Stücke mal rekrutieren. Da bräuchten wir hier vermutlich... Ja, die Armee, die ist schon ein bisschen besser aufgebaut. Hier braucht man definitiv noch mehr Infanterie. Jetzt ist es zwei, drei, vier, fünf. Ja, Brandenburg muss ich auch denken. Ist ja komisch hier mit den ganzen Truppen. Um mein Land herum. Ja, das arme Frankreich. Ein Schatten seiner selbst. Die Truppe hat die Toskana eigentlich. Ja, knapp 30.000. Da war ja meine Schätzung gar nicht so schlecht. Verlade ist ja die zweite relativ große Nation. Und Rom ist immer noch unabhängig. Ah, okay. Unsere Schiffe sind fertig geworden. Oder, ja... Zum Großteil zumindest fahrt man in die Ägäis. Ein paar fehlen noch. Oder lassen sich erstmal auf Täter, solange die Kerne nicht gebaut ist. Hier oben die Jungs können wir dann auch alle hier dazustellen und verbinden. Ah ja, und wir sind auch soweit. Wir können Norwegen den Krieg erklären. Hoffentlich sind sie noch mit Böhm verbündet. Ja. Ach so. Ja, eigentlich geht es ja gar nicht so sehr um die Sachen hier. Wobei, die fassalisieren wir wahrscheinlich einfach. Das ist alles kein Problem. Dann fassalisieren wir die Dänen. Sind dann zwar wieder hier über dem Limit und so. Aber, naja. Damit müssen wir dann leben. Denn... Ne, wir müssen ja Böhm vassalisieren. Das ist ja... Problematisch. Der Zugang bei dir würden wir bekommen, um dahin zu laufen. So, vielleicht... Also es wäre natürlich geschickt, dazu warten, bis wir ein bisschen mehr... Sag ich mal... Mit der Kapazitäten ist schon wieder das völlig falsche Wort. Ich meine, da haben wir genug. Keine Frage. So, die Flotte kann sich darüber bringen. Und dann werden wir gleich die Tüge erklären. Ihr könnt euch eigentlich mal deportieren. Wäre nicht schlecht. So, dann können wir mit dir hoffentlich... Bei dir... Können wir das schon mal machen. Mit der Zürgang bitten. Ja, das ist bei dir auch. Ansonsten... Haben wir hier noch Truppen, die wir verwenden können. 25.000 sollten gegen Böhm eigentlich ausreichen. Aber wir schicken mal zur Sicherheit nochmal dieser 13.000 hier hoch. So. Okay. Ach ja, wir könnten sogar Österreich dazu rufen. Wow. Wurde uns 10 Gefallen kosten. Andererseits, das möchte ich ja gar nicht, weil sonst schnappen die uns hier irgendwelche Sachen in Böhmen weg. Das muss nicht sein. Ich hoffe, dass wir irgendwas hier sehen können. Aber es sind nur 4 Provinzen. Also es müsste eigentlich gehen. Eroberung von Jemtland soll das Kriegstil sein. Du hast keinen Anführer. Nehmen wir mal den hier. So, dann fahren wir mal... Das ist schon mal wieder hier ein. Wo ist denn der Mann hier? Der läuft, da läuft er. Was ist denn, diese Expansion? Minus 20 Prozent? Das ist sehr gut. Raubritter. Raubritter. Schachter gewinnt Loyalität? Ja. Oh, jetzt nochmal unloyale Bürger. Oh mein Gott. Bin mal Monopol-Charters. Dann läuft auch das. So. Okay. Halt, halt, halt. So, dann lauft mal nach Prag. Du gehst einfach mal mit. Du kannst den da angreifen und kannst dich schon mal hier um die Festung kümmern. Haben die hier überhaupt eine Festung? Wir könnten die auch alle als Vasal nehmen, mal abgesehen davon, ne? Das würde schon gehen. So, gleich dürfte hier die erste Festung auch fallen. Die forzen unsere Stärke. So, Belagel von Haaland, Stellerskogen. So, das hier holst du bitte auch gleich. Eigentlich geht es uns ja wirklich nur um Böhm. Okay. Mal hier einen Abstecher dahin. Kriegen wir den noch? Ja. So, dann nimm mal die Zielprovinz des Krieges ein. Ist ja auch mal nicht schlecht. Und dann gehst du den hier töten. Du gehst nach Akersus. Oder an Akersus. So. Ja, Böhm ist bald erledigt. Und wie gesagt, ich wollte, dass ich jetzt echt in dem Krieg keine Provinzen mehr drin muss nehmen. Mit zwei Vasallen. Äh, wir haben Einflussideen, oder? Hatten wir Einflussideen? Ja, wir haben Einflussideen. Dann fallen wir natürlich extrem zurück, was Diplotec angeht, weil wir da halt, ja, sehr viele Verluste dann quasi haben. Kannst du jetzt mal da hingehen? Ja. Und nochmal pausieren. So, du gehst da hoch. Ja, ich würde fast sagen, dass wir diese Folge auch in diesem Schirm mal beenden können. Kein Problem, es sind alle drin. Ich wünsche euch das Geschick. Alles wunderbar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.